Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 auf der Xbox. Ähm, ich hab mir gedacht, was Charaktere bestätigen? Ja, möchte ich. Und zwar hab ich mir gedacht, ich werde das Spiel jetzt online spielen und da ist schon unser Mitstreiter. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel so online ist. Die Gegner sollen ja stärker werden und die, äh, die Items sollen auch... Die Items sollen natürlich auch gleichzeitig rarer bzw. seltener sein. Ich bin mal gespannt, also ich bin nicht wundern, dass ich gerade so hektisch hier reingesprungen bin. Ähm, ich hab das Spiel gestartet online und zack, war ich schon mittendrin. Da ist übrigens unser Mitstreiter, Carpe, was, Carpe, Tubacke, 52. Und wir gehen jetzt zusammen da hoch zu dieser Brücke und, ja, was machen wir? Wir werden ein paar Gegner killen und, ach du Scheiße. Also mal gucken, boah, alter. Mal gucken, wie das Spiel so läuft, wenn wir zusammen die ganze Zeit spielen. Wenn das natürlich weiterhin viel, viel Spaß macht, werden wir das nur noch online spielen. Ey, du hast mir mein Zeug geklaut. Unglaublich, neun! Ein Pedder! Ja komm, jetzt her damit. Aber ich merke schon, der Ping ist nicht so geil. Der Ping ist nicht so mega geil. Aber das macht ja nix. Es ist ja hier nur ne... Also das, Moment, das soll nur ne kleine Testaufnahme werden. Ja, natürlich. Ah, warum? Ich werde in der Zeit mal, in der Zeit werde ich mal ein bisschen was verkaufen. Die können wir verkaufen. Weg. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat die Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Okay. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-A-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, besorgen wir doch mal diesen Hyperion-Adapter. Ich merke aber schon, dass wir uns wahrscheinlich nicht so sehr auf die Story konzentrieren können, wie alleine. Also wenn wir alleine spielen, ich muss mal gucken, wie ich das mache am besten. Alter, was war das denn? Ja, der Ping ist auch gerade gar nicht so geil, märkig. Und die Gegner sind saustark. Leck mich, fett. Aber das, ich muss sagen, das rockt schon derbe so online. Ganz ehrlich. Alter, schweger. Hahaha. Den machen wir jetzt platt. Na komm, 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 komm. Ah, diese Scheißwaffe hat viel zu lange nachgeladen. Mist. Boah, unser Schild ist weg. Verdammt. Ich musste mich mal kurz zurückziehen. Das ist doch ein bisschen härter als erwartet. Ja, sehr schön. Ich habe mal ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Ähm. Da komm. Ach, das ist nett von dir. Vielen Dank. Aber wir müssen ja erstmal diese Gegnermassen killen. Oh. Stirb. Scheiße. Ne, so wird das nix. Na komm. Oh man, unser Ping ist nicht gerade der geilste. Ich muss mir mal kurz eine andere Waffe zulegen. Und zwar, die wird ersetzt durch die hier. Unsere Superwaffe übrigens. Ja komm, gib her die Waffen. Als Waffen... Ich hasse das. Okay, irgendwie kommt mir das so vor, als hätten wir wirklich nicht den geilsten Ping. Können wir da was sehen? Nee. Moment, ich komme. Yes. Fahrzeug spawnen, was machen wir denn? Puh. Yes. Alles klar. Okay, kann ich da auch rein? Hey, ich will da auch drauf. Puh, Penner! Nein! Toll, jetzt darf ich alleine fahren, oder was? Ja, ja, Moment. Yes. Ah, jetzt ist... Jetzt ist der bei uns gespawnt, der Penner. Ja, okay, das macht ja nix. Wow! Okay, cool. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Find the robot. Oh! Was macht der? Ah! 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 Scheiße! Eieiei! Junge, fahr nicht so wild! Oh! 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 Ich will hier runter! Ich will hier runter! Meins! Meins, 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 meins! Hier damit! Aber, ja, ich könnte. Oh, Mann. So, du hast ein Stück Eridium gefunden. Eridium ist einer der begehrtesten Rohstoffe auf Pandora, seit die Kamera geöffnet wurde. Du kannst es verwenden, um den Schwarzma-Charakter, ne, um auf dem Schwarzma-Charakter-Upgrade zu kaufen. Geil. Gut, dass wir uns das schnell stibitzt haben und unsere Mitstreiter hauen übrigens gerade ohne uns ab. Alter, Schwede. Ist es ja nicht gerade ohne? Hä? Ja, die sind gerade ohne uns weg. Scheiße. Nur weil ich so gierig war. Oh, schon wieder eine scheiß Shotgun. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, der Ping ist leider nicht so gut, obwohl ich noch nicht mal was hochlade. Aber, naja, egal. Ich weiß doch gar nicht, wie das hier ist. Ob nur wir Sachen auch gespawnt bekommen und manche das überhaupt nicht sehen? Oder, ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, danke, Jungs. Danke, übrigens. Vielen Dank. Ich muss die Waffe wechseln. Scheiße. Uh. Ist schön. Ähm. Jungs. Wo ist denn, wo ist denn mein beschissenes Team? Na, danke, übrigens. Vielen Dank. Oh, scheiße. Ich bin unsichtbar. Ja. So, der ist weg. Ja, unser Team hat uns einfach mal gekonnt im Stich gelassen. Ich weiß ja nicht, was das sollte, aber von mir aus, okay. In jeden Fall müssen wir jetzt erstmal nach Sanctuary und... Dringend, äh, einen besseren Rucksack kaufen, wenn wir das können. Weil mir geht das nämlich ziemlich auf den Keks, dass wir nur zwölf Slots frei haben. Das geht gar nicht. So, die sind schon da, oder was? Na, toll. Danke für nichts, übrigens. Ihr kommt niemals nach Sanctuary rein, hier aus Keglecker. Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Ja. Augenblick. Roland will mit dir reden. Ich werde ihn per Echo rufen. Ja, super. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Eter hört. Richtig. Ich bin Roland. Hi. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plattern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erziehen mir, dass Corporal Rhys nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Okay. Wenn Rhys nach Sanctuary, dann bist du einer der Raiders. Ja, alles klar, machen wir. Äh. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Alles klar, ja, super. Ah, was war das denn? Oh nein. Ah. Mistviecher. Gehen wir jetzt schon auf den Keks. Hey, bleibt hier. Ah. Scheiße, zwei Schüsse. Und dich noch. Yes. Aber irgendwie, meine Leutchen wollen mir hier auch nicht helfen. Oh, Mist. Ja, sehr gut. Okay, äh. Wo ist denn jetzt? Finde Corporal Dingsbums. Ich habe dem Blattschatz den Energiekörner abgejagt. Und die Brücke gesprengt. Gut. Aber ich bin getroffen. Ich lasse hinter Mellowfields ab. Ah. Ah. Rhys steckt in Schwierigkeiten? Mist, wir sind ohnehin schon dünn gestreut. Finde ihn, Soldat. Ja, sofort. Ich möchte erst mal hier gucken, was ich hier überhaupt sammeln kann. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich ehrlich. WTF? Erzähl mir der Munition. Granaten habe ich genug. Ja, wo ist denn? Ich muss mal kurz die Karte öffnen. Unser Wegpunkt. Da müssen wir hin. Na super. Ja, toll. Danke. Wir lösen jetzt. Ah, toll. Das war ja nichts. Das war ja nichts. Was ist das denn? Sprechanlage benutzen? Wir müssen das Tor geschlossen halten, bis du mit dem Energiekern zurück bist. Befehl von Roland. Alles klar, danke. Dann gehe ich doch mal zu meinem Team und hole uns mal ein Fahrzeug. Alter, was ist das denn? Scheiße. Ähm, Leck? Alter, was ist das denn? Ja, wir kommen.